In diesem Experiment wollen wir herausfinden, wie die Wärme von der Heizung in den Raum gelangt. Dazu füllen wir ein rechteckiges Glasrohr mit farbigem Wasser. Unten rechts positionieren wir ein Teelicht. An dieser Stelle könnt ihr euch auch eine Heizung denken. Die Kerze erwärmt das Wasser über ihr. Dadurch bewegen sich die Wasserteilchen immer mehr und die Abstände zwischen den einzelnen Wasserteilchen wird an dieser Stelle größer. Dadurch besitzt das heiße Wasser an dieser Stelle eine geringere Dichte und steigt nach oben. Auf dem weiteren Weg durch das Glasrohr gibt das warme Wasser ständig Wärme an das Glas ab und wird dadurch kälter. Dadurch bewegen sich die Wasserteilchen nicht mehr so stark und die Abstände zwischen den Wasserteilchen nehmen ab. Die Dichte des Wassers wird dadurch größer. Das kältere und dichtere Wasser sinkt auf der linken Seite nach unten. Erst wenn sich das Wasser wieder über dem Teelicht befindet, wird es erneut erwärmt und der Kreislauf geht von vorne los. Der Kreislauf Angel